Musik Einen Wohnpark zu bauen, heißt bleibende Werte schaffen. Immobilien stehen für Verbindlichkeit, für Verlässlichkeit. Sie sind zentrale Bezugspunkte in einer schnelllebigen Zeit. Wieder Wohnpark Steierdorf mit 60 Premium-Eigentumswohnungen verteilt auf sieben Häuser. Häuser zu bauen ist wie ein Versprechen abzugeben an die Menschen, die beschlossen haben, hier zu leben. Sie werden hier nicht nur kochen, essen und schlafen. Sie werden hier Ihr Zuhause haben, Ihren höchstpersönlichen Lebensraum. Nach einem langen Arbeitstag werden Sie hierher kommen und den Abend ausklingen lassen. Werden am großzügigen Balkon oder der Dachterrasse die Aussicht genießen. Sie werden hier im eigenen Garten mit Ihren Kindern und Enkelkindern spielen, lachen, streiten und sich versöhnen. Sie werden sich hier lieben. Es ist unsere Verantwortung, diesem Anspruch gerecht zu werden. Mit Bauprojekten, die Bestand haben. Wo sonst als beim Bauen setzt der Mensch seine Kraft ein, um etwas zu schaffen, das über so lange Zeit seinen Lebensraum prägen wird. Wie die historische Steirer Altstadt, die ganz in der Nähe ungebrochen ihren einzigartigen Charme verströmt. Die Altstadt zeigt damit vor, worauf es beim Bauen ankommt. Auf Werte, die als verbindlich gelten. Das ist die Herausforderung und der Schöne in unserem Beruf. Bleibendes zu schaffen. Für unsere Kunden, die Stadt Steirer und unsere ganze Familie. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, nachhaltigen, hochwertigen Wohnraum zu entwickeln. Dazu gehört auch zeitgemäße Architektur und hochwertigste Technologie. Offene Räume und ein unverbaubarer Ausblick. Die Weitläufigkeit des Grundstückes und natürlich auch die Aussicht ist der Oberhammer. Ich kann gar nichts anderes sagen und es hat sich ein absoluter Traum für mich erfüllt. Inmitten einer großzügigen Anlage, die zu 85% aus Grünfläche besteht. Diese ist als Kraftquelle ebenso wichtig wie die Häuser selbst. Wohnen in einer ruhigen Parkanlage, direkt im Zentrum von Steir. Erstens als Anlage für die Zukunft und zweitens entspricht diese Wohnung genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe die Freiheit, alles zu verändern, was ich möchte. Ein Lebensmittelpunkt von heutigen und künftigen Generationen hat den Anspruch an eine Partnerschaft. Aus Mensch, Natur und Technik. Es ist unsere Verantwortung, Werte zu schaffen, die Bestand haben. Wohnpark Steierdorf Ein Projekt der Obermaier Immobilie Ein Projekt der Bremen